Weiß jemand was der da sagt? Das ist das gleiche was er auch sagt wenn er sich da beamen lässt. Für mich hört sich das jetzt immer nach besetzt an irgendwie. Okay. Naja fast. Aber wir können uns ja einen neuen holen. Das ist glaube ich einfacher. Ich hätte mich jetzt glaube ich einfach töten lassen. Aber dann müsste ich jedes mal probieren, dass ich das irgendwie hinkrieg, dass sie sich nicht alle gegenseitig töten. Und mich inklusive. Was steht da? Weiß Präsident Erslick und alle Züge bleiben pünktlich. Mhm. Das ist glaube ich nur um den Aufzug wieder nach oben zu holen. Das ist ein merkwürdiger Aufzug. Gut. Ich geh mal noch hier oben hin, weil das sieht so aus, dass man da weiter könnte. Aber nein. Gut. Dann wäre das hier auch schon wieder abgehakt. Das ist echt ein merkwürdiger Aufzug. Das ist ja einfach so irgendwie so mittendrin aufhört. Okay. Ausgang. Ich kann das nicht lesen. Es ist zu verpixelt. Kein. Ne. Geh. Rück. Ich kann das nicht lesen. Auch nicht im Vorschaubild. Ah. Zugfahren. Untertitelung des ZDF, 2020 So, und damit wären wir in den Slick Barracks, weshalb man auch schon direkt an der Musik erkennt, die sich auch ein bisschen militärisch anhört, finde ich. So, und das fängt schon mal sehr gut an hier. Gut, ersten Screen haben wir geschafft, zweiten Screen haben wir auch geschafft. Da sind auch wieder diese komischen Dinger im Hintergrund mit den Pieksern da. Keine Ahnung. Und die Zelte, wenn es denn Zelte sind im Hintergrund, ich weiß es nicht genau, aber es sieht nach Zelten aus. Okay, das war immer ein blödes Ding irgendwie. Uiuiuiuiui. Das war aber knapp. Ich glaube, der hängt dann da. Ich hoffe, dass der Linke mich jetzt nicht sehen kann. Gut, der sieht mich nicht. Das ging doch mal besser als erwartet bisher. Das ist sehr schön. Läuft der nicht normalerweise hier runter? Ne, Moment. Der läuft nicht hier runter, sondern der geht hinten auf. Der ist nicht nach links gegangen, deswegen... Ich habe nach links gedrückt und dann nach oben, aber er wollte sich nicht hochziehen. Das hätte vom Timing aber gepasst. Wunderschön. Wunderschön. Er läuft nicht. Also irgendwie... Ich weiß nicht. Ich habe das besser in Erinnerung. Also schneller. Das kann auch sein, weil das andere Gerät noch dazwischen hängt und es deswegen ein bisschen... Puh. Ein bisschen nachhängt, aber irgendwie kommt es mir doch relativ ohne Delay irgendwie vor. Aber irgendwie auch nicht. Ich weiß es nicht. Ah. Okay, wir müssen jetzt da rechts oben in die kleine Kabine. Scheiße. Hm. Wir müssen da rechts oben in die Kabine, damit wir den übernehmen können. Und dann damit halt die anderen Übeltäter vernichten können. Wir müssen da rechts oben in die także unten sehen. Bist du das mal. Was tut er? Kommt der nochmal hier runter? Nice. Nein, 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 nein. Du Arschkeks. Hilfe! 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 So. Okay, die müssen wir jetzt irgendwie töten, ohne, dass wir uns selbst töten. Sehr schön. Achso, ich könnte den Strom hier vielleicht schon mal ausmachen. Okay, da habe ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht. So kommt man natürlich auch besser an den guten Kerl ran, als anders, ne? Okay, der ist hin. Ah, du kannst nicht runterfallen. Ich habe das da oben überhaupt nicht dran gedacht, ne? So. Wunderwärchen. Kommt jetzt noch ein neuer? Ach, wenn, ist auch egal. Jetzt weiß ich nicht, ob ich hier runterfalle, wenn ich dagegen springe, ey. Ich glaube, der kommt gar nicht so weit hier oben. Der ist nur mal kurz, der guckt mal kurz da raus, aber den ganzen Screen wird der nicht besuchen. So, ab da rein. Ich habe jetzt hier auch keine... Das ist ein scheiß Ding. Aber das haben wir ganz gut gemeistert. Ich frage, ist, landen wir im Schatten oder nicht? Wir landen im Schatten. Sehr schön. Nein. 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 So. Es wäre natürlich logisch, wenn wir zuerst den guten Mann hier unten mal töten. Toll. Damit ihr uns nicht die ganze Zeit auf den Sack geht, wenn wir uns die Bomben holen. Also das wäre, glaube ich, am besten. Und dann gehen wir auf der anderen Seite. Und dann können wir uns gemütlich... Oh. Ich dachte, ich hätte oben gequickselt. Naja. Auf jeden Fall erst unten links ziehen, dann unten rechts ziehen. Und dann können wir uns ganz gemütlich um die paar in dem anderen Screen kümmern. Ich bin gerannt. Meine Fresse. Also, manchmal will das nicht. Oder vielleicht ist auch der Controller hin. Ich bin mir nicht so ganz sicher. So. Bäumchenhammer. Geh da hin. Bist du ein Doofkopf? Hab ich da oben Quicksafe jetzt gemacht? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Das interessiert den Scheiß. Okay. Ablenkungsmanöver hat funktioniert. Okay. Ablenkungsmanöver hat funktioniert. Okay. Das wusste ich jetzt nicht. Ich dachte, das wäre dem Scheiß egal, aber das hört er anscheinend, wenn man schmeißen will. Das ist gut zu wissen. Hm. Wusste ich noch nicht. Nee. Schade. O, was heißt F Morten? Hei, leise auf dich. F Morten.... F Morten! Der wird nicht schade auf ihn. Wer ist Ihr den Scheiß? Schade, das ist glaube ich ganz gut, wenn man die da hinschmeißt. Müssen wir nur abpassen. Neb. Da sind Stückchen mitgeflogen. Sehr schön.